Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge 11 Jahre Minecraft, ich bin der Einzige, der sich dafür noch interessiert und zwar habe ich ja hier beim letzten Mal hier diese glorreiche Schaukel bekommen, jetzt soll ich Bücher, Bücher einsammeln, äh, ich verwechselte jetzt schon alle Wörter, Blum einsammeln, äh, und hier, hier, ne, das, hä? Hier, hier ist eine Liste der Blümchen, so, Löwenzorn. Meins? Jetzt ist auch die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie jede Blume auf Engel, äh, auf Deutsch heißt von denen, ähm, Karotten ist ja simpel, Rote Beete, Nieser, Älter Wartzen, ah, was ist denn, Poppy? Was ist denn, Poppy? Äh, äh, ähm, ja, das ist, ey, ich gucke jetzt erstmal nach. Ich weiß einfach, wenn ich jede Blume nehme, die ich finde. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, ich nehme einfach von jeder Sache mindestens ein Exemplar. Habe ich das Ding schon? Egal, ich kann jetzt einfach, ja. Meins. Davon habe ich auf jeden Fall schon etwas. Einfach jetzt hier suchen, von allem einfach eins mitnehmen. So was habe ich denn noch nicht. Karotten und Kartoffeln. Habe ich nur einmal bekommen? Okay, das hier ist schon etwas besser. Hier ist irgendwas verbuggt. Äh, okay, ähm, ja, die habe ich glaube ich noch nicht. So, jetzt wieder nur ein Buch. Äh, 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 was habe ich denn noch nicht? Den Pilz. Kann ich das? Oh, ähm, ja. Äh, das, das war ich nicht. Soll ich auch Gras mitnehmen? Und das kann ich gar nicht abbauen. Wie schade. Ähm, steht da auch irgendwas von Weizen? So, mal gucken, steht da was von Weed? Anscheinend nicht. Oder ich habe es überlesen. Ich nehme trotzdem was mit. Es geht nicht. Okay, hier geht es nach oben. Jetzt wird mir erstmal wieder schlecht und ich fall gleich runter. Äh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah ja, hier guckt der Baum erstmal raus. Äh, komme ich ja auch. Federfallschuhe. Äh, kaufen sie sich jetzt auch. Auch ihr Paar Federfallschuhe. Zu dem Preis von einem Federfallschuhe. Yay. Äh, ja. Äh, werbekooperation. Wie ich die nur bekommen habe. Mal sehen, komme ich da jetzt auch irgendwo rein? Ja, okay. Muss ich irgendwas holen? Ich hole einfach mal hier. Nein, das geht nicht. Ähm. Da sind böse Leute. Äh, ich brauche Lob. Äh. So, mal sehen. Soll ich da irgendwas holen? Irgendwas, was das zu tun hat? Lilly, ist das nicht eine Seerose? Aber da müsste die ja hier oben sein und hier oben. Ist nix. Einfach mal nachgucken, ob hier ne Truhe ist. Nein. 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 Ich hab grad mal so überlebt. Da war, glaub ich, kein Lilly Pad. Ähm. So. Ich gucke einfach jetzt im Dschungel nach, was ich dort finde. Mir reicht's. Kein Fall schauen. Hier aber. Warum? Was ist denn da jetzt ein großer Unterschied gewesen vom Fallen? Nun gut. So, hier ist ja auch jetzt der Dschungel. Wo komm ich rein? Muss ich einbrechen? Das geht nicht. Das ist gemein. Melons. So. Das, das bestimmt auch. Nein. Ich komm hier nicht durch. Und hier soll jetzt bestimmt noch ein Lilly Pad. Nein. Aber diese, äh. Es gibt doch diese blauen Blumen. Ich glaub, die sind doch hier. In solchen Biomen. Vertreten. Öftermals. Und jetzt komm ich nicht weiter. Das ist ja mal wieder. Das ist ja mal wieder. Ja. Genau. So ist das. Genau. Ich ruhe. Ähm. So. Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ich guck mal, wo soll ich denn überhaupt die Sachen hinpacken? Ah, hier ist so eine blaue Blume. Und. Hier ist ein Lilly Pad. Brauche ich jetzt noch irgendwelche Sachen? Ich weiß es nicht. Woran erkenne ich's? Ah, die Sachen erscheinen hier. Ach so. Sehr interessant. Äh, rote Beete. Ich muss es ernsthaft einsammeln. Äh, so. Äh. Ich muss es im Inventar behalten. So rum. Ja. Jetzt brauchen wir noch Neter-Warten. Jetzt ist die Frage, wo geht's in den Neter? Neter-Portal? Ich weiß es nicht. Ist hier irgendwo ein... Naja, bestimmt nicht. Bestimmt muss ich das, äh, Biom an sich bin. Na bald. 1,16 Update. Da gibt's ja noch mehrere Neter-Biom. Und die sind nicht nur ein großes Biom. Ähm. Die Frage ist nur, wo's ist. Das weiß niemand. So. Geht's hier irgendwo zu einem, äh, Neter-Biom? Da sieht's nicht nach Neter aus. Wo sieht's denn nach Neter aus? Hm. Hier ist doch irgendwie kein einziger Dorfbewohner. Eigen. Ah, äh. Ich sterbe. Nein. Ich stecke fest. Ich muss jetzt runterspringen. Ah. Au. Ja. So gehört's jetzt. Da versucht man noch seitlich ran zu springen, aber... Nein. Man fällt einfach durch. Ah. So. Da unten waren doch. Äh. Was gibt's denn hier noch für Biome? Eis, Schnee, Sache. Ah, da hinten. Da wird's wüstiger. Na, wüstig hört sich doch schon ein bisschen... ...mehr nach Neter an. Dann guck ich hier noch direkt mal nach. Ähm, ja. Mesa-Biom. Ganz normale Wüste. Kein, äh, Neter. Aua. Da hinten ist ein Pilzbiom. Hm. Ja, ich hab's geschafft, den Sprung. Ah. Warum sag ich die ganze Zeit? Also. Äh, ganz beweise. Ja, ich brauch kein Wasser. Ist unnötig. Ist ja nicht so, dass man es zum Leben braucht, aber ist unnötig. Ist das Unnötigste, was es gibt. Dem kann mir ja hoffentlich jeder zustimmen. Ernsthaft? Steck ich hier jetzt. Jetzt steck ich hier... ...fest. Haben die Map-Macher sich das nicht ein bisschen überlegt, dass man da vielleicht runterfallen kann? Ich dachte, da wäre jetzt eine Leiter. Ja, mit der ich hochkomme. Ähm. Das war's. Nein, das ist jetzt natürlich nicht. Wie komme ich jetzt? Wie komme ich wieder in die Freiheit? Äh. Äh. Schwimm. 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 Aua. So komme ich wieder in die Freiheit. So, ich suche immer noch den Neder. Tja. Wo ist denn der Neder? Wir sind baldartiges Biom. Irgendwo eine Leiter? Ich möchte nach oben. Hier komme ich nach oben, okay. Aua. So. Schneeartige Biom. Aber da hinten muss er irgendwo mal in die Leder kommen. Ich würde euch dann sonst neder warten. Ja, wir kommen. Hm. Oder ist der jetzt irgendwo ein Portal? Ich weiß es nicht. Hm. So. Ganz viel Schnee. Aber kein Neder Biom. Und ins Ende komme ich ja auch nicht. Ich verstehe es nicht. So. In dem Buch. Dann irgendwas, dass ich mal im Brunnen schwimmen soll. Vom Dorf. Und dann werden wir das jetzt mal tun. Ah. Das erklärt so einiges. Ah. Was denn jetzt passiert? Jetzt darf ich wieder nach oben laufen. Es gab doch schon das Aquatik-Update, Leute. Ihr wisst, wie man einen Fahrstuhl baut. Oh, nein. Ich möchte nicht ins Ende. Ich habe noch nie den Enderdrachen besiegt. Ich habe nicht mal versucht. Ich habe eine Schaufel. Und ich werde mich wehren. Ah. Ey, Leute. Lasst mich mal bitte in den Ru... Ah, jetzt sterbe ich je. Danke, Leute. Ich mag euch. Ich muss da in die Nähter-Festung. Irgendwie. Ich bringe euch alle um. Aua. Ach, Mann. Das biet du einfach in die Ru... So. In die Nähter-Festung. Wie komme ich da rein? Hier irgendwie? Irgendwie so? Ja. Direkt mit der Schaufel zerstört. Ähm, so. So, ja. Das Tolle ist, an der Battle-Bedition... ... man kann einfach spammen. So. Und... Ich muss irgendwas wegwerfen. Äh. Äh, ich weiß nicht, was ich wegwerfen darf. Kohle! Jetzt habe ich kein Geld mehr auf dem Konto. Nein. Ich bin fast tot. Das war keine ganz so prassvolle Idee. Da war manche Ideen von mir schon in der Vergangenheit besser. Werde ich jetzt sterben? Wenn ich ins Entgehe, auf jeden Fall. Hm, das ist Trochenöl. So. Und jetzt einfach... Oh, nein, nein. Nein, 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 nein. Uh. Bringt ihr mich zum Schweben oder was? Kann ich hier Elytron bekommen? Ich möchte Elytron. Okay, komm. Lass mich schweben. Danke. Ich möchte wissen, ob ich Elytron bekommen kann. Nee, anscheinend nicht. Es gibt kein Schiff. Nein, dann möchte ich hier gern wieder weg. Danke, Leute. Ihr steht in meinem Testament. So. Hey, Günther. Hab dich mehr gesehen. Nur ein paar Minuten. Jetzt ganz schnell nach oben. Nicht, dass Günther mich bindet. Ich hab nur Schulden bei ihm. Ganze 5 Cent. Meine 5 Cent. Nein. Wann bin ich eigentlich oben? Es kann lange dauern. Hättet ihr nicht da einfach einen Fachschul einbauen können? Wer hat die Map gemacht? Ich glaube, die Macher heißt im Blockwagen. Ach, hier hätte man auch das ganz einfach machen können. Jetzt hab ich doch alles. Wo ist, wo die, wo ist das Ding? Wo muss ich hin? Hilf. So. Aber jetzt hab ich doch alles. Da fehlt eindeutig was. Welche Blume gibt's denn noch? Ja, ich soll vielleicht den Pilz bauen. So, komm her. Pilz. Du bist tot. Ich muss einen Pilz bekommen. Ah, da ist ein Pilz. Äh, was schmeiß ich jetzt weg? Dieses Mal. Dieses Mal ist es ein Pfeil. Und jetzt habe ich es geschafft. Es wird immer noch etwas. Rote Beete, Lillipers, Karotten, Melone, Dandelion, Poppy. Was ist Poppy? Ich weiß nicht, was Poppy ist. Ähm. Rote Pilz. Chorusfrucht. Rosenbusch. Das ist ja nochmal was anderes. Äh, diese komische Büsche. In welchem Biom findet man die? Ihr weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte welche gesehen da. Äh, was werfe ich weg? Äh, das brauche ich doch nicht. So, ich habe es bekommen. Und jetzt? Jetzt habe ich es doch geschafft. Ich weiß es nicht. Ich habe mich kurz erschreckt. Ich habe ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk. Danke. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ich habe ein Geschenk. Ähm. Damit verabschiede ich mich auch. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Abonniere den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer... äh, goldenes, ja mannschwerthaltender Chris Crafter.